Das Finale beginnt in 30 Sekunden. Fälle abgeschlossen. Macht euch bereit für das Finale. Das Finale beginnt in 3, 2, 1, los! Bei nächster Gelegenheit wenden. Rute wird neu berechnet. In 400 Metern scharf links abbiegen. In 400 Metern scharf links abbiegen. In 100 Metern links abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 100 Metern mindfulness abbiegen. In 400 Metern. In 200 Metern rechts abbiegen. In 300 Metern scharf links abbiegen. Prov Vor Crafo penster ist abbiegen da Das Motivonen. Das war's. Reißen, bitte gratuliert dem Eliminator!